In diesem Video werde ich den Pflichtteil der Abiturprüfung 2019 für Allgemeinbildende Gymnasien Baden-Württemberg ausführlich vorrechnen. Von vornherein ein paar Regeln, an die ich mich während der Rechnung halten werde. Und zwar, grundsätzlich gibt es für viele dieser Aufgaben mehrere Lösungswege. Ich werde immer den jeweiligen Lösungsweg auswählen, den ich am besten finde. Und es werden stets nur Lösungswege, Verfahren und Formeln benutzt, die in der Abiturprüfung auch zugelassen sind. Das bedeutet keine Tricks und keine exotischen Verfahren aus dem Studium. Außerdem, wenn sinnvoll, werde ich bei jeder Aufgabe unter dem i-Punkt oben rechts in der Ecke das passende Videotutorial zu dem jeweiligen Thema verknüpfen. Aufgabe 1 Bilden Sie die Ableitung der Funktion f mit f von x ist gleich x of 4 mal Sinus 3x. In erster Reihe sollen wir uns Gedanken darüber machen, welche Ableitungsregeln hier benötigt werden. Dafür schauen wir den Funktionsaufbau an. Ich glaube, ganz einfach hier zu erkennen, die Funktion besteht aus zwei Teilfunktionen. Einmal dieser x of 4 Geschichte und einmal Sinus 3x. Und beide Funktionen sind mit mal verknüpft. Deshalb macht es auf jeden Fall Sinn, wenn wir als erstes die Produktregeln verwenden. Und wenn wir die hintere Funktion anschauen, sollte uns auffallen, dass sie noch verkettet ist. Also eine äußere und innere Funktion gibt. Deshalb natürlich spielt auch die Kettenregel eine Rolle. Jetzt zu der Ableitung. Also nach der Produktregel wird zuerst der erste Term abgeleitet. Das sind natürlich 4x hoch 3 mal der zweite wird einfach unverändert abgeschrieben. Sinus von 3x plus erster Term abschreiben und zweiter mit der Kettenregel ableiten. Die Ableitung der äußeren Funktion lautet Cosinus von 3x mal die Ableitung der inneren Funktion. Also 3x abgeleitet sind 3. Zusammenfassen müssen wir nicht, weil es die Aufgabenstellung nicht verlangt. Wenn es um das Lösen trigonometrische Gleichung geht, muss man auf zwei Sachen achten. In erster Reihe, in welchem Bereich die Lösungen gesucht sind. Das ist hier, glaube ich, in der Aufgabenstellung ganz gut zu erkennen. Wir suchen alle Lösungen im Bereich 0 bis 2π. Zweitens müssen wir uns für einen Lösungsansatz entscheiden. Und einer der häufigsten Ansätze zur Lösung von Gleichungen ist natürlich der Satz vom Nullprodukt. Und auch hier, wenn wir uns unser Term genauer anschauen, erkennen wir, dass diese zwei Terme beide was gemeinsam haben, und zwar dieses Cosinus von x. Aus diesem Grund klammern wir dieser Cosinus x aus und wenden wir das Produkt an. Also, dann Cosinus x nach vorne ziehen. Dann bleibt beim ersten Term nochmal das Cosinus x stehen, weil es im Quadrat ist. Und beim zweiten Term, wenn wir das Cosinus wegnehmen, bleibt natürlich nur noch die 2 stehen. Und das Ganze soll 0 sein. Nach dem Satz vom Nullprodukt können wir jetzt jede Seite dieses Produkts 0 setzen. Das wird in der ersten Reihe haben wir Cosinus x ist gleich 0 und die zweite Möglichkeit wäre Cosinus x plus 2 ist gleich 0. Spätestens an dieser Stelle merkt ihr, dass die Rechnung ohne den Taschenrechner nicht weitergeht. Und wir sehen nun mal den Teil ohne Hilfsmittel. Aus diesem Grund setzt die Lösung dieser Aufgabe voraus, dass ihr die Schaubilder für die Sinus- und die Cosinus-Funktion für mindestens eine Periode auswendig kennt. Ich habe sie jetzt beide hier rechts abgebildet, obwohl wir natürlich nur die blaue, also nur die Cosinus-Funktion brauchen. So, wie kann man die verwenden? Wir suchen jetzt, wenn wir jetzt die linke Gleichung betrachten, die passenden x-Werte dafür, dass die Cosinus-Funktion in diesem Bereich 0 wird. Wenn wir die blaue Kurve anschauen, dann merken wir ganz einfach, wir haben einmal hier bei Pi halbe eine Stelle, wo die Cosinus-Funktion 0 wird und einmal hier bei 3 Pi halbe oder 3 halbe Pi. Deshalb sind das auch gleichzeitig unsere Lösungen. Also x1 wäre dann entsprechend Pi halbe und x2 sind dann 3 Pi halbe. Genau mit der gleichen Taktik versuchen wir es auch auf der rechten Seite. Das bedeutet, wir bringen erstmal die 2 mit minus 2 rüber. Dann haben wir Cosinus x ist gleich minus 2. Allerdings ergibt sich hier ein Problem. Wenn wir uns diesen Wert minus 2 an der y-Achse vorstellen, dann wäre es ungefähr hier. Das bedeutet, da kommt die Cosinus-Funktion niemals an. Also minus 2 ist außerhalb des Wertebereichs. Deshalb gibt es für die zweite Gleichung oder für den zweiten Ansatz keine Lösung. Die Lösungsmenge würde dann nur aus den ersten zwei Lösungen bestehen und zwar Pi halbe und 3 Pi halbe. Damit wäre die Aufgabe schon erledigt. Aufgabe 3 Gegeben ist eine Funktion f mit f von x ist gleich 1 minus 1 durch x², die die Nullstellen minus 1 und 1 besitzt. Die Abbildung zeigt den Graphen von f, der symmetrisch bezüglich der y-Achse ist. Weiterhin ist die Gerade g mit der Gleichung y gleich minus 3 gegeben. Zeigen Sie, dass einer dieser Punkte, in dem g den Graphen von f schneidet, die x-Koordinate ein Halb hat. Natürlich ging das wahrscheinlich zu schnell. Deshalb an dieser Stelle bitte auf Pause drücken. Ich gehe jetzt davon aus, dass ihr das erledigt habt. Und deshalb nehmen wir die Informationen wahr aus dieser Aufgabenstellung, die uns als erstes interessieren. Weiterhin war eine Gerade g gegeben und um die geht es auch in der ersten Fragestellung. Dieser Gerade g mit der Gleichung y gleich minus 3 soll die Funktion f schneiden. Da versuchen wir uns natürlich vorzustellen, wie sie aussehen sollte. Und das ist einfach eine waagerechte Gerade, die die y-Achse bei minus 3 schneidet. Ich glaube, an dieser Stelle sind die Schnittpunkte hier am Schaubild eigentlich ganz gut erkennbar. Der erste, also ein Schnittpunkt wäre hier und der andere wäre hier an dieser Stelle. Anhand der Aufgabenstellung sollen wir zeigen, dass einer dieser Punkte, in dem g den Graphen von f schneidet, die x-Koordinate ein Halb hat. Also kurz gesagt, hier ist die x-Koordinate von einer dieser Punkte und die sollte ein Halb sein. Natürlich müssen wir dafür eine Probe machen. Wir nehmen diese x-Koordinate, setzen es in unsere Funktion ein und entsprechend müsste dann minus 3 rauskommen. Und genau das prüfen wir jetzt. Also f von 1 Halb ist gleich 1 minus 1 durch 1 Halb ins Quadrat. Und versuchen das natürlich aufzulösen. Zuerst lösen wir die Klammer unten auf. 1 Halb ins Quadrat, das bedeutet 1 hoch 2 sind 1 und 2 hoch 2 sind 4. Kurz gesagt, ein Viertel. Und dann lösen wir diesen Doppelbruch auf. 1 mal Doppelbrüche kann man immer auflösen, indem man mit dem Kehrwert des Nenners multipliziert. Das wäre in diesem Fall 4 Eintel. Also wir haben dann einfach 1 minus 4 und das ist natürlich minus 3. Damit haben wir es schon gezeigt. Die zweite Teilaufgabe wird uns schon ein bisschen mehr rechnerisches Gönnen abverlangen. Bestimmen Sie rechnerisch den Inhalt der Fläche, die der Graph von f, die x-Achse und die Gerade g einschließen. Naja, natürlich müssen wir uns anhand der Skizze erst mal vorstellen, wie diese Fläche überhaupt aussehen sollte oder welche Fläche damit gemeint ist. Also wir haben einmal den Graph von f, dann die x-Achse. Ich deute sie mal hier an. Und dann noch die Gerade g, also die untere. Das bedeutet, gemeint ist eigentlich grob gesehen diese Flächen halt hier. Und ich hoffe, dass es erkennbar ist. Durch die Definitionslücke, die hier in der Funktion vorhanden ist, können wir das nicht als ein Flächenstück bestimmen, sondern müssen es ein bisschen aufteilen. Eine geschickte Möglichkeit wäre, hier, also bei diesem Schnittpunkt und beim rechten Schnittpunkt, hier bei der x-Koordinate 0,5, das Ganze aufzuteilen, sodass drei verschiedene Flächenhalte entstehen. Ich werde sie jetzt bezeichnen mit a1, a2 und a3. Und anhand der Symmetrie-Eigenschaft, die oben der Aufgabenstellung erwähnt ist, also die Funktion soll symmetrisch bezüglich der y-Achse sein, bedeutet das für uns, wir haben einen Vorteil, die Flächenstücke a1 und a3 sind gleich. Also das kann ich schon mal festhalten. a1 ist gleich a3. Das bedeutet, wenn wir eine dieser Flächenstücke ausrechnen, reicht das aus. Außerdem haben wir in der Mitte noch einen Rechteck, wo man so einen Flächenhalt sehr einfach bestimmen kann, Länge mal Breite. Und damit fange ich auch an, mit dem einfacheren Teil. Also die Fläche des Rechtecks lautet Länge mal Breite. Und die Masse können wir problemlos aus unserer Skizze ablesen. Die Breite von minus 0,5 bis 0,5 wäre eine Längeneinheit. Und die Länge des Rechtecks ist zum Beispiel 3. Also, 1 mal 3 sind natürlich 3 Flächeneinheiten. Gut. Daneben brauchen wir noch a3. Ich entscheide mich jetzt für die rechte Seite, weil ich hier positive Grenzen habe. Und natürlich für die Flächenberechnung brauchen wir ein Integral aufzustellen. Dafür benutzen wir das sogenannte Hauptsatz der Integralrechnung. Die Grenzen des Integrals sind, glaube ich, ganz gut erkennbar. Und zwar, die fängt bei 0,5 an und endet bei 1. Deshalb haben wir für die Berechnung von a3 einen Integral, der von 0,5 bis 1 läuft. Von unserer Funktion f von x dx. Um natürlich diesen Integral zu lösen, brauchen wir als erstes eine Stammfunktion. Dazu nehme ich unsere Funktion hier erstmal kurz an der Seite. Und für die Stammfunktionbildung ist es wirklich empfehlenswert, sie erstmal umzuformen. Vor allem dieser x hoch 2 hat im Nenner nichts zu suchen. Deshalb müssen wir es nach oben ziehen. Und wenn wir diese x hoch 2 im Zähler ziehen, ändert sich natürlich das Vorzeichen bei der Hochzahl. Dann x hoch minus 2. Und jetzt können wir endlich mal eine Stammfunktion bilden. 1 aufgeleitet sind ein x. Und hier bei der x hoch minus 2 lautet die neue Hochzahl hoch minus 1. Und die kommt unter dem Bruchstich hier nach vorne. Minus 1 durch Minus 1 sind natürlich 1. Also das wäre die Stammfunktion. Und für die Berechnung ist es natürlich wieder sehr günstig, wenn wir alles nur mit positiven Exponenten darstellen. Deshalb bringe ich dieses x hoch minus 1 wieder unter dem Bruchstrich. Jetzt kann es weiter mit dem Hauptsatz gehen. Also an dieser Stelle im eckigen Klammern trage ich meine Stammfunktion ein. Und das Ganze wieder von 0,5 bis 1. Als nächstes setzen wir die Grenzen ein. Zuerst die obere Grenze, also die 1. Deshalb haben wir 1 plus 1 durch 1. Minus die untere Grenze eingesetzt. 0,5 plus 1 durch 0,5. Jetzt können wir das Ganze zusammenfassen. Vorne habe ich 1 plus 1 sind natürlich 2. Hinten 0,5 plus 1 durch 0,5. 1 durch 0,5 sind natürlich 2. Und plus 0,5 sind dann minus 2,5. Entsprechend lautet unser Ergebnis minus 0,5. Das ist natürlich nicht unsere Fläche, sondern der Wert des Integrals. Um die Fläche zu bekommen, müssen wir natürlich den Betragswert nehmen. Also entsprechend 0,5 Flächeneinheiten. Am Ende wollen wir nur noch die Aufgabenstellung erfüllen, indem wir die Gesamtfläche angeben. Deshalb schreibe ich hier A Gesamt. Setze ich zusammen aus A1 plus A2 und plus A3. Und die kennen wir, alle diese drei Flächen jetzt. Also 0,5 plus 3 plus 0,5. Entsprechend sind es dann am Ende vier Flächeneinheiten. Aufgabe 4. Die Abbildung rechts gehört dem Graph von einer Funktion f. Einer der folgenden Graphen, 1, 2 und 3, die unten abgebildet sind, gehört zu der ersten Ableitungsfunktion von f. Geben Sie diesen Graphen an und begründen Sie, dass die beiden anderen Graphen dafür nicht in Frage kommen. Wenn es um grafisches Ableiten geht, gibt es nur eine Eigenschaft, an die wir uns erinnern sollten. Und zwar die erste Ableitung ist immer die Steigung der Tangente. Diese Eigenschaft wollen wir natürlich auch oben rechts an unser Schaubild nutzen. Das bedeutet, wir werden ein paar Tangenten einzeichnen. Dafür suchen wir natürlich die am besten geeigneten Punkte. Das wären in erster Reihe die Hoch- und die Tiefpunkte. Also wir haben hier einen Hochpunkt und hier einen Tiefpunkt. Und diese Punkte besitzen immer waagerechte Tangenten. Das bedeutet, deren Steigung ist 0. Für die erste Ableitung bedeutet das indirekt, dass sie in diesem Fall an der Stelle 2 und minus 2 0 Stellen besitzt. Wenn wir diese Eigenschaft mit unseren Schaubildern hier vergleichen, dann sollte uns auffallen, dass Schaubild 2 diese Eigenschaft nicht besitzt. Also Schaubild 2 hat bei ungefähr 3,3 und minus 3,3 seine Nullstellen. Deshalb kommt dieser Schaubild für uns gar nicht mehr in Frage. Gut, die anderen zwei Schaubilder haben allerdings beide diese Eigenschaft. Also beide haben Nullstellen bei 2 und minus 2. Deshalb müssen wir ein bisschen weiter graben. Und zwar, wir können nicht nur an dieser besonderen Stelle Tangenten anlegen, sondern zum Beispiel auch an der Stelle 0. Und hier haben wir auch eine Tangente, deren Steigung wir über ein Steigungsdreieck ablesen können. Für gewöhnlich geht man immer eine Einheit nach rechts und dann in diesem Fall nach unten, bis wir die Tangente treffen. Und diesem Wert, was wir nach unten gehen, in diesem Fall ist es ungefähr minus 0,8, ist auch gleichzeitig unsere Steigung. Wenn wir das mit dem dritten Schaubild vergleichen, an der Stelle 0 hat diese Funktion den Wert minus 2, also sehr stark abweichen von unserem Wert minus 0,8. Deshalb kommt dieses Schaubild auch nicht mehr in Frage. Und wenn wir das mit dem ersten Schaubild vergleichen, dann sieht es ganz gut aus. Also das kann man auf jeden Fall als minus 0,8 durchgehen lassen. Also wir haben einen Gewinner, das ist Schaubild 1. Natürlich müssen wir das Ganze auch noch als Begründung festhalten. Deshalb als erstes könnten wir sagen, bei x gleich minus 2 und x gleich 2 muss die Ableitungsfunktion 0 Stellen haben. Und zweitens, an der Stelle 0 ist die Steigung ungefähr minus 0,8. Die zweite Teilaufgabe lautet, die Funktion F ist eine Stammfunktion von f. Geben Sie das Monotonieverhalten von F im Intervall 1 bis 3 an und natürlich begründen Sie Ihre Angabe. Gut, dafür schauen wir wieder auf das Schaubild von f und versuchen erstmal diesen Bereich zwischen 1 und 3 erstmal ein bisschen einzugrenzen. Also ich zeichne hier bei 1 eine Grenze und hier bei 3 eine. Und wir müssen nur zwischen diesen Grenzen schauen. In diesem Bereich erkennen wir ganz leicht, dass f unter der x-Achse liegt, also negativ ist. Nach dem sogenannten Monotoniesatz sollten wir wissen, wenn die Ableitung einer Funktion negativ ist, also wenn die Steigung einer Funktion negativ ist, ist die Anfangsfunktion immer streng monoton fallend. Und da f die Ableitung von F ist, können wir das auch als Begründung für unsere Aufgabenstellung nutzen und sagen, weil klein f von x im Intervall 1 bis 3 negativ ist, folgt, dass Groß f von x streng monoton fallend ist. Aufgabe 5 Gegeben ist die Gerade G und die Ebene E. Untersuchen Sie die gegenseitige Lage von G und E. Indirekt haben wir hier einen Idealfall, und zwar die Ebene befindet sich in Koordinatenform. Das bedeutet, ihr Normalvektor ist ablesbar und alle Rechnungen mittels Koordinatenform sind ein bisschen einfacher als mit den anderen zwei Formen, also Parameter oder normalen Formen. Es gibt auch hier mehrere Möglichkeiten, die Sache anzugehen. Ich werde mich jetzt für den klassischen Weg entscheiden, und zwar, ich werde die Gerade zerlegen, in einzelnen Koordinaten, zeilenweise. Also, entsprechend ist x1 2 plus t mal 1, also kurz gesagt 2 plus t. x2 wäre dann 0 plus t mal 0, also 0. Und x3 ist 1 minus 3t. Diese allgemeine Koordinatenabhängigkeit von t werde ich in unsere Ebenengleichung für x1, x2 und x3 einsetzen. Dadurch ergibt sich eine Gleichung. Die lautet 3 mal 2 plus t minus 2 mal x2 war ja 0 plus x3, also plus 1 minus 3t, sind gleich 14. Jetzt. Wir haben nur eine unbekannte. Wir versuchen, die Gleichung zusammenzufassen, nach t umzuformen. Wenn wir die Klammer hier vorne auflösen, haben wir 6 plus 3t. Minus 2 mal 0 sind natürlich 0. Plus 1 minus 3t sind gleich 14. Dabei sollte uns auffallen, plus 3t minus 3t kürze ich weg und am Ende steht nur noch 7 ist gleich 14. Das ist natürlich ein mathematischer Widerspruch. Das bedeutet indirekt, es gibt gar keine Lösungen. Also die Gerade und die Ebene haben gar keine gemeinsamen Punkte. Wenn sich eine Gerade und eine Ebene nie treffen, dann sind sie natürlich parallel zueinander. Also g parallel zu e. Und jetzt die zweite Teilaufgabe. Die Gerade h entsteht durch Spiegelung der Gerade g an der Ebene e. Bestimmen sie eine Gleichung von h. Naja, ich formuliere es mal so. Irgendwo müssen ja die 4 Verrechnungspunkte oben in der Aufgabenstellung kommen. Und das ist von dieser Teilaufgabe. Um uns den Sachverhalt ein bisschen besser vorstellen zu können, ist es empfehlenswert, eine Planskizze zu benutzen. Also, wir haben gerade herausgefunden, dass g parallel zu e ist. Und wenn wir jetzt g an e spiegeln wollen, dann wird die Spiegelgerade h, wie die grüne da unten, aussehen. Das bedeutet indirekt für uns, g und h sind natürlich parallel zueinander. Das bringt uns allerdings auch ein paar Vorteile mit sich. Und zwar, wenn wir uns jetzt vom Aufbau her die Gerade g vorstellen, dann besitzt jede Gerade natürlich einen Stützvektor, den man sich abstrakt auch als Stützpunkt vorstellen kann. Den nenne ich jetzt einfach mal p. und einen Richtungsvektor, den ich jetzt zweckshalber Vektor r nenne. Weil h parallel zu g ist, haben sie oder können sie, beziehungsweise den gleichen Richtungsvektor oder ein Vielfaches davon haben. Natürlich entscheiden wir uns jetzt für den gleichen Richtungsvektor. Und das bedeutet, wir haben an dieser Stelle eine Sorge weniger. Für die Spiegelgerade h ist der Richtungsvektor schon bekannt. Also, ich nenne ihn jetzt einfach mal r h. Und es ist genau der Richtungsvektor der Geraden g, dieser 1, 0, minus 3. Deshalb können wir gleich schreiben, r h ist 1, 0, minus 3, weil g und h zueinander parallel sind. Das einzige, was wir jetzt noch brauchen, ist ein weiterer Punkt auf h, um die Gleichung aufzustellen. Um den rauszubekommen, müssen wir einen Punkt von g, zum Beispiel diesen Stützpunkt p, an der Ebene e spiegeln, natürlich über einen Lotfußpunkt. Und damit begeben wir p' raus. Das ist das Bildpunkt von p. Und der fehlt uns noch, um die Gleichung für h aufzustellen. Also, um p an der Ebene e zu spiegeln, brauchen wir zuerst diesen Lotfußpunkt l. Dafür stellen wir eine sogenannte Lot- oder Hilfsgerade durch die Punkte p, l und p'. Die bezeichne ich jetzt mit l. Und diese Gerade steht natürlich orthogonal zu der Ebene und verläuft durch diesen Punkt p. Also, l hat die Gleichung. Wir können als Stützvektor dann diesen Punkt p nehmen. Das ist der Stützvektor von g. Also, kurz gesagt, das hier ist p mit den Koordinaten 2, 0, 1. Und was wir außerdem noch brauchen, ist ein Richtungsvektor für unsere Geraden. Und weil sie orthogonal zu der Ebene steht, können wir als Richtungsvektor den Normalvektor dieser Ebene benutzen. Den Normalvektor zur Änderung könnt ihr einfach problemlos hier bei der Koordinatenform ablesen. Das sind einfach die Koeffizienten vor x1, x2 und x3. Also, die lauten dann 3, minus 2 und 1. Ich schreibe mal kurz hin, weil das ist immer so und das ist der Normalvektor der Ebene. Dieser Lotfußpunkt, was wir zuerst suchen, ist nichts anderes als der Schnittpunkt zwischen dieser Geraden und der Ebene. Aus diesem Grund zerlege ich die Gerade jetzt in einzelnen Koordinaten. x1 ist dann 2 plus 3s, x2 werden dann minus 2s und x3 sind dann 1 plus s und diese allgemeine Koordinaten setzen wir dann in unsere Ebenengleichung ein. Also haben wir an dieser Stelle 3 mal 2 plus 3s, minus 2 mal minus 2s statt x3 schreibe ich 1 plus s und das Ganze ergibt 14. Was dabei entstanden ist, ist eine Gleichung mit einer Unbekannten. Also wir lösen die Klammer auf und formen nach S. Entsprechend haben wir dann 6 plus 9s plus 4s plus 1 plus s sind dann 14. Zuerst diese S-Terme zusammenfassen, hätten wir dann 14s und dann die Zahlen. 6 plus 1 sind 7, 7 können wir rüberbringen mit minus 7 und dann haben wir hier 7 stehen, 14 minus 7 sind 7, geteilt durch 14, somit ist S 1,5. Diesen Wert für S nutzen wir jetzt, um den Notfußpunkt zu bestimmen. Also wir setzen S in die Geradengleichung ein. Ich schreibe hier kurz an der Seite. S gleich 1,5 in L einsetzen. Damit kriegen wir den Notfußpunkt raus. Also wenn ich hier 1,5 einsetze, dann habe ich 2 plus 3 mal 1,5, also plus 1,5 sind dann entsprechend 3,5. Dann minus 2 mal 1,5 sind minus 1 und 1 plus 1,5 sind natürlich 1,5. Also wir haben jetzt den Notfußpunkt. Was wir noch brauchen ist P' dafür bilden wir eine sogenannte Linearkombination. Also wir wählen für unsere Planskizze hier irgendwo ein Koordinatenursprung und wir suchen an dieser Stelle den Ortsvektor zu P'. Es gibt zwei Möglichkeiten, den zu bekommen. Entweder über P oder direkt über L. Ich werde jetzt den kürzeren Lösungsweg nehmen. Über L, also ich sage dann einfach O L plus L P' und L P' können wir natürlich nicht, aber L P' ist identisch mit dem Vektor Pl. Entsprechend lautet dann unsere Vektorkette oder Linearkombination. O P' ist dann, wie bereits gesagt, O L plus den Vektor Pl. Vergiss nicht, L ist genau die Mitte zwischen P und P', deshalb funktioniert das ganz gut. O L ist natürlich der Ortsvektor von L. Das ist nur der Punkt L geschrieben als Vektor. 3,5 minus 1 und 1,5. Und der Vektor Pl ist nichts anderes als L minus P. L steht hier. P ist der Stützvektor der Geraden G von oben. Also 3,5 minus 2 sind natürlich 1,5. Minus 1 minus 0 sind minus 1 und 1,5 minus 1 sind 0,5. Zusammengefasst ergibt das Ganze 5, minus 2 und 2. Und das sind dann die Koordinaten des Bildpunktes P'. 5, minus 2,5 minus 2 und 2. Damit haben wir alles, was wir brauchen, um die Gerade H aufzustellen. Also wir haben hier diesen Richtungsvektor RH und wir haben P' als Stützvektor. Dann lautet die Gleichung von H. 5, minus 2 und 2 plus, meinetwegen K mal 1,0 minus 3. Ja, es waren von Zeit und Rechenaufwand hart verdiente 4 Punkte. Aufgabe 6 Wir geben es eine Gerade G. Berechnen Sie die Koordinaten des Punktes, in dem G die X2, X3-Ebene schneidet. Bei der X2, X3-Ebene handelt es sich natürlich um eine der Grundebenen. Und wenn wir uns versuchen, ein bisschen zu erinnern, in der X2, X3-Ebene hat jeder Punkt die X1-Koordinate 0. Und das ist auch unser Stichwort. Das bedeutet, wir zerlegen erstmal diese Geradengleichung. X1 sind 4 plus t. X2 sind minus 6, minus 2t. Und X3 werden dann 3 plus 2t. Und da wir eigentlich wissen, dass die X1-Koordinate 0 ist, das können wir hier in der ersten Zeile nutzen. Also statt X1 schreibe ich einfach 0 ist gleich 4 plus t. Und formen natürlich nach t um. Minus 4, somit ist t gleich minus 4. Diesen Parameterwert nutzen wir, indem wir es in die Geradengleichung einsetzen. Damit haben wir die Koordinaten des Schnittpunktes. Also, ich schreibe dann t gleich minus 4 in g. Und dieser Schnittpunkt, ich bezeichne ihn jetzt einfach mit S2, 3. Schnittpunkt oder Spurpunkt mit der X2, X3-Ebene. Hat dann die Koordinaten, wenn wir für t sozusagen minus 4 einsetzen, dann haben wir 4 minus 4. Das ist natürlich 0, was wir eigentlich schon wussten. Minus 6 und dann plus 8 sind 2. Und 3 minus 8 sind minus 5. Das ist dann unser Spurpunkt. Die zweite Aufgabe ist natürlich verbunden mit ein bisschen mehr Rechenaufwand. Und zwar bestimmen Sie den Abstand des Punktes P von der Geraden G. Also, es handelt sich um Abstand Punkt Gerade. Es gibt relativ viele Lösungswege, um das Ganze zu bestimmen. Ich werde mich jetzt für den klassischen Lösungsweg entscheiden. Und zwar mit Hilfe einer Hilfsebene. Finde ich persönlich am einfachsten und am sichersten zum Rechnen. Wir versuchen zuerst, uns das Ganze wieder bildlich vorzustellen. Also, wir haben eine Geradengleichung, die ist ja gegeben. Das ist G. Und wir haben diesen Punkt P. Wenn wir jetzt vom Abstand reden, reden wir natürlich von dem geringsten Abstand, den von P auf G trifft. Und der trifft natürlich orthogonal auf G. Und dieser Punkt, wo es drauf landet, heißt oder lautet Lotfußpunkt. Und wenn wir diesen Punkt hätten, diesen Lotfußpunkt, dann wäre ja kein Problem, den Abstand zu bestimmen. Das ist einfach die Länge des Vektors PL. Also, unser indirekter Ziel ist natürlich, die Koordinaten von L zu bestimmen. Dafür stellt man eine sogenannte Hilfsebene. Die versuche ich jetzt von der Perspektive hier schräg anzudeuten. Und diese Hilfsebene steht natürlich orthogonal zu dieser Geraden G. Oder senkrecht. Und wenn wir eine Ebenengleichung ausstellen wollen, natürlich wollen wir die Ebenenkoordinatenform haben. Die Koordinatenform ist die einfachste Form zum Rechnen. Dafür brauchen wir allerdings einen Normalvektor. Und der Normalvektor steht immer orthogonal zu der Ebene. Da G jetzt bereits orthogonal zu der Ebene steht, bedeutet das für uns, dass der Richtungsvektor dieser Geraden gleichzeitig unser Normalvektor ist. Und den Richtungsvektor haben wir hier. Ja, das ist 1, minus 2, 2. Damit können wir schon sagen, der Normalvektor der Ebene lautet 1, minus 2, 2. Und damit haben wir schon die Koeffizienten vor x1, x2 und x3 bei der Ebenen gleich. Und das können wir natürlich ausnutzen. Also, wir hätten dann 1, x1 minus 2, x2 plus 2, x3 sind erstmal b. b steht für die unbekannte Zahl, die wir noch hinten bestimmen müssen. Und um die rauszukriegen, müssen wir ein Punkt in die Ebene einsetzen, was auch in der Ebene liegt und wir kennen. Und das ist selbstverständlich dieser Punkt p. Deshalb als Hinweis an dieser Stelle p in E einsetzen. Und wenn wir das machen, p haben wir ja, minus 3, minus 1, 7. Haben wir dann 1 mal minus 3, minus 2 mal minus 1 plus 2 mal 7 sind b. Wir fassen das Ganze zusammen. Wir haben dann minus 3 plus 2 und plus 14 sind b. Und minus 3 plus 2 sind minus 1 plus 14 sind natürlich 13. Somit haben wir auch die hintere Zahl bestimmt und wir haben dann die Hilfsebene in einer sauberen Form. x1 minus 2x2 plus 2x3 sind gleich 13. Okay, jetzt, wenn wir diese Planskizze anschauen. Wir haben jetzt die Ebene und wir haben die Gerade g. Dieser Lotfußpunkt ist nichts anderes als der Schnittpunkt zwischen g und e. aus diesem Grund benutzen wir g zerlegt. Wir haben es hier oben eigentlich schon gemacht für die vorherige Aufgabenstellung. x1, x2 und x3 und ersetzen damit die x in der Ebenengleichung. Also ich schreibe hier nur als Hinweis g in e einsetzen. Damit kriegen wir natürlich wieder eine Gleichung. Und für x1 haben wir dann 4 plus t minus 2 mal Klammer auf minus 6 minus 2t plus 2 mal 3 plus 2t sind gleich 13. Wir lösen die Klammern und fassen so weit wie möglich zusammen. Also 4 plus t dann habe ich hier plus 12 plus 4t plus 6 plus 4t sollen 13 sein. Als erstes können wir beispielsweise die t zusammenfassen. Wir haben dann 9t. 4 plus 12 sind natürlich 16 plus 6 sind 22 und diese 22 können wir rüberbringen mit minus 22. Somit haben wir 13 minus 22 sind natürlich minus 9. Geteilt durch 9. t ist minus 1. Diesen passenden Parameterwert nehmen wir jetzt und setzen es in unserer Geradengleichung oben ein und bestimmen den Lotfußpunkt. Also an dieser Stelle kann ich sagen t gleich minus 1 in g einsetzen. Also wenn wir oben minus 1 einsetzen dann haben wir 4 minus 1 sind selbstverständlich 3. Dann minus 6 minus 2 mal minus 1 also plus 2 sind minus 4. und 3 minus 2 sind selbstverständlich 1. Den Lotfußpunkt hätten wir jetzt bestimmt. Und damit können wir die Länge des Vektors pl bestimmen, was auch den gesuchten Abstand entspricht. Also ich bilde zuerst diesen Vektor pl. Das bedeutet nichts anderes als L minus P. Das bedeutet nichts anderes als L minus P. P steht hier oben. L hier. 3 minus minus 3 sind natürlich 6. Minus 4 minus minus 1 sind minus 3. Und 1 minus 7 sind wieder minus 6. Und dann die Länge von pl. Also der Betrag ist nichts anderes als Wurzel aus jeder einzelnen Koordinate ins Quadrat. Die negativen Vorzeichen können wir weglassen wegen den Quadraten. Und dann haben wir 6² plus 3² plus 6². und das sind dann entsprechend 36 plus 9 plus 36. Jetzt 36 plus 36 sind 72 plus 9 sind 81. Und Wurzel aus 81 sind selbstverständlich 9. Also der Abstand beträgt dann 9 Längeleinheiten. Aufgabe 7 und das ist natürlich die letzte Aufgabe im Pflichtteil. Wie gewohnt ist das eine Wahrscheinlichkeitsaufgabe. In einer Urne sind eine rote, eine weiße und drei schwarze Kugeln. Es wird so lange ohne Zurücklegen gezogen, bis man eine schwarze Kugel sieht. Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit der folgenden Ereignisse. Als erstes Ereignis A. Man sieht genau zwei Kugeln. In erster Reihe sollten wir aus der Aufgabenstellung die wichtigsten Sachen rausfiltern. Das bedeutet, wir haben eine rote Kugel, eine weiße und drei schwarze Kugeln. Also insgesamt fünf Kugeln. Und es wird ohne Zurücklegen gezogen. Wir haben mehrere Möglichkeiten. Die einfachste ist, damit man nichts übersieht, sich so eine Art Baumdiagramm zu zeichnen. Man muss es nicht ganz vollständig machen. Und zwar die erste Frage bezieht sich ja nur auf die schwarzen Kugeln. Und deswegen können wir uns das Ganze wie folgt vereinfacht vorstellen. Wir können entweder eine schwarze oder keine schwarze Kugel ziehen. An dieser Stelle. Also schwarz mit dem Strich bedeutet kein schwarz. Die Wahrscheinlichkeit eine schwarze Kugel zu ziehen ist entsprechend drei Fünftel. Und keine schwarze Kugel zu ziehen wäre dann zwei Fünftel. Gut, wenn die schwarze Kugel gezogen wird, dann ist sozusagen das Spiel zu Ende. Sonst geht es weiter. Das bedeutet, auch hier haben wir wieder schwarz oder nicht schwarz. Die Wahrscheinlichkeit eine schwarze Kugel zu ziehen liegt jetzt bei drei Viertel. Weil wir eine Kugel weniger insgesamt in der Urne haben. Und die Wahrscheinlichkeit keine schwarze Kugel zu ziehen liegt entsprechend bei ein Fünftel. Bei schwarz ist es wieder zu Ende. Wenn kein schwarz gezogen wird, dann gibt es ja nicht mehr viel Auswahl. Dann können wir nur eine schwarze Kugel ziehen. Und die Wahrscheinlichkeit ist drei Drittel oder natürlich eins. Beziehungsweise 100%. Unser Ereignis verlangt, dass man genau zwei Kugeln zieht. Also es ist dieser Weg hier im Baumdiagramm mit kein Schwarz und danach gefolgt von Schwarz. Also vereinfacht können wir schreiben. P von A, die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses A, ist dann entsprechend zwei Fünftel mal drei Viertel. Und wir können ihn wieder jetzt gleich kürzen oder erst am Ende. Ich werde mich für jetzt entscheiden. Die zwei und die vier Kürzeneffekte bleibt hier nur noch zwei. Oben haben wir dann eins mal drei sind natürlich drei. Und unten fünf mal zwei sind zehn. Das ist unser Ergebnis und so können wir es auch natürlich stehen lassen. Das nächste Ereignis, dessen Wahrscheinlichkeit wir suchen, lautet B. Unter der gezogenen Kugel befinden sich die rote Kugel. Auch hierfür ist es günstig, wenn wir uns zuerst ein Baumdiagramm vorstellen. Diesmal werde ich ihn ein bisschen vollständiger machen. Und zwar wir haben jetzt als Möglichkeit Schwarz, Rot und natürlich Weiß. Die Wahrscheinlichkeit für Schwarz beträgt drei Fünftel. Dann ist das Spiel sowieso zu Ende. Beim Rot sind es ein Fünftel. Bei Weiß ebenfalls ein Fünftel. Also bei Schwarz ist alles zu Ende. Beim Rot geht es weiter. Nachdem wir eine rote Kugel gezogen haben, gibt es allerdings nur noch die Möglichkeit für eine schwarze oder eine weiße Kugel. Und die Wahrscheinlichkeit für Schwarz beträgt dann entsprechend drei Viertel. Und für die weiße Kugel ein Viertel. Danach ist das Ganze schnell zu Ende. Wir können nur noch eine schwarze Kugel ziehen. Und zwar mit der Wahrscheinlichkeit drei Drittel oder eins. Wenn wir zuerst die weiße Kugel gezogen haben, dann haben wir auch wieder zwei Möglichkeiten. Wir können wieder eine schwarze ziehen, wo das alles zu Ende geht. Oder eine rote Kugel ziehen. Die Wahrscheinlichkeiten sind wieder entsprechend drei Viertel und ein Viertel. Und nach der roten Kugel gibt es wieder nur noch die Wahrscheinlichkeit oder die Möglichkeit für Schwarz. Die liegt dann bei eins. Anhand der Fragestellung müssen wir praktisch alle Wege im Baumdiagramm finden, wo eine rote Kugel dabei ist. Und diese Wege sind einmal, wenn wir hier schauen, im Baumdiagramm Rot und Schwarz. Dann Rot, Weiß, Schwarz. Und unten haben wir auch noch einen Weg mit Weiß, Rot und Schwarz. Theoretisch müssten wir jetzt für jede dieser Wege im Baumdiagramm die Wahrscheinlichkeit ausrechnen, dann alles zusammenzählen. Aber wir könnten das Ganze auch ein bisschen viel, viel leichter betrachten. Und zwar, es hat keinen Sinn, für jeden Weg die einzelne Wahrscheinlichkeit auszurechnen, weil wenn wir uns diesen Baum ein bisschen näher anschauen, dann sehen wir, okay, die Voraussetzung für die Aufgabenstellung heißt, eine rote Kugel muss dabei sein. Das bedeutet, hier hinten haben wir sowieso, wenn wir zusammenzählen, die Wahrscheinlichkeit 1. Also es reicht, wenn wir diese zwei Wege zusammenfassen, als ein Fünftel. Deshalb kann ich sagen, B von B ist gleich ein Fünftel. Und diese Wahrscheinlichkeit ist entsprechend die Wahrscheinlichkeit für beide dieser ersten Wege. Und hier unten hätten wir noch ein Fünftel mal ein Viertel mal 1. Also kurz gesagt, ein Fünftel mal ein Viertel. Also nochmal ein Fünftel mal ein Viertel. So, die zwei Brüche müssen wir zusammenfassen. Den ersten lasse ich erstmal in Ruhe. Hier hinten haben wir dann ein Zwanzigstel. Und um die Brüche zusammenzufassen, müssen wir erweitern. In diesem Fall mit 4. Wenn ich den ersten Bruch mit 4 erweitere, dann habe ich 4 Zwanzigstel plus 1 Zwanzigstel sind natürlich 5 Zwanzigstel. Und das kann man entspannen nochmal mit 5 kürzen. Oben bleibt eine 1 und unten eine 4. Also unser Ergebnis lautet ein Viertel. Damit sind wir fertig mit dem Pflichtteil 2019. Ich hoffe, dass dieser Video viele eurer Fragen klären konnte. Wenn ihr weitere Abituraufgaben sucht, die findet ihr dann im Abspann.